Wie kann er, der bitte so schnell fliegen ohne Flügel? Ach, ein Dämonen, klar. Oh man, du bist so dämlich. Ja, klar, er rennt einfach da mal. Schwerelosigkeit ist für'n Arsch. Braucht er ja nicht. Nein, nein. Jetzt bockt ihn voll in die Fresse. Gey? Ja, das ist Gey. Meine Kinder! Du B****! Entschuldigung, aber du mit dir zu haben, ist mehr als genug. Deine insignificante Insulte haben mich geholfen, also werde ich dein Körper auf die Strecke schreien! Wauw! Leck mich am Arsch, ey! Leck mich am Arsch! Schweinwasser bringt's ja echt, ey! Geil, Mann! Ist mir egal, du triffst mich nicht, weil ich die falschen Tasten drücke. Also Weimaster ist echt ja mal geil für'n Boss. Ich glaub, das kaufe ich mir jetzt jedes Bosskampf. Vor jedem Bosskampf. Wenn ich da drauf angreife, das bringt da mehr Schaden aus normalerweise. Ja, hallo! Du bist scheiße! Mach halt mal coolen Angriff, Mann! Ich find die voll scheiße, die Angriffe, wo ich grad hab. Ist gleich tot! Ich müsste mir mal so 50 Weimaster kaufen und einfach alles draufhauen, aber das kann ich ja nicht. Ich hab ja nicht genügend Credits. Oder rote See, meine ich. Nicht Credits. Oh, bist du dämlich, Alter! Ich hab jetzt... Ich hab doch eigentlich... Ich hätt doch eigentlich den hässlichen, äh, Snatch 2 auch noch, der meine... Länge des Armes vergrößert, aber er haut jetzt mit seinem kurzen Arm auf das Vieh drauf. Das bringt überhaupt nix. Er ist gleich tot, warte mal. Gleich ist es tot, schaff ich in dem Video noch schlockern noch. Kommt, stirbt! Nein! Ja, ich stirb nicht, keine Angst! Er ist tot! Ja, komm, geh frecken! Und wie killt er jetzt das Vieh? Weil er so cool ist? Ach, auf einmal kann er das so lang ausstrecken, ist klar, ne? Wow, ist der Arm riesig! Ich weiß nicht, warum ich dich nicht... Aber ich... Ah! 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 milch... nicht rennen? Warum kann ich nicht rennen? Ist das cool, wenn man nicht rennen kann, oder was? Was bringt mir... Er könnte doch einfach schneller rennen, oder so. Ja, komm, mach das was cool. Jetzt kann ich es zerhauen. Oder auch nicht. Es fällt einfach so zusammen. Wow. Hey, Mission geschafft! Das ging aber fix. Das waren ja keine 5 Minuten, oder? Ah, 13 Minuten. Fuck. Das waren doch mehr als 5 Minuten. Wow, ging das lang. Das kam mir gar nicht so vor. Mission 7 erfüllt. Und es gibt insgesamt 20 Missionen. Also haben wir ungefähr fast bald die Hälfte. Mission 7 erfüllt. Jupp. Und jetzt gehen wir mal weiter. Bis zur nächsten Mission. Oh, da schaut ein großes Tor aus. Glaubensbekenntnis. Umarmen Sie das Licht, um dem Wald zu entkommen. Na klar doch. Also, Power-Up. Aufwerten. Alles zurück, glaub ich, mach ich mal. Ist mir egal. Wow, ich hab ja viele stolze Seelen. Optimieren. Ausgewogen. Nein. Abwechslung. Anfänger. Dann geh ich auch mal auf Abwechslung. Was hat der alles drin? Hat der den coolen roten Ding da drin? Das ist, glaub ich, J, äh, I und dann... Oh mein Gott, meine Hose, tut mir weh. Das ist, glaub ich, I und dann zurück. Nicht vor, sondern zurück. Aber da ist nicht Sneak 2 drauf. Ausgewogen mal probieren. Ist da irgendwie... Ich will den mit dem roten Ding haben. Table Hopper, ja, ja. Red Queen Combo, ja, ja. Shuffle, ja, ja. Aufwahl an der Schuss 2. Snatch 2. Speed. Streak. Und schau, jetzt schau ich mal in Anfänger rein. Stick Air Hike. Ich glaub, das ist der einzige, wo ich hier hab, jetzt mit dem Air Hike drin. Ist mal voll gay. Ich hab doch da Snatch 2. Das nimmt überhaupt nicht zu. Es ist übelst wenig. Also, ich bin jetzt mal auf Anfänger. Und meine... Nein, nicht Yamato. Fähigkeit. Table Hopper. Den normalen Sneak würd ich gern mal jetzt kennen, äh, können. Devil Ringer. Snatch. Ach, Snatch wollte ich sagen. Wow, nimmt das zu. Leck mich im Arsch. Blue Rose. Das ist kann ich schon. Red Queen. Roulette Spin. Das ist ja auch nicht, was ich will. Exceeded 2. Genau, das sollte ich mir auch noch kaufen. Fuck, hab aber kein Geld dafür. Fuck. Naja, schade. Was ist Split? Ja, super. Ich will aber nicht splitten. Ich will den Roten. Mann. Ich will den Roten. Ich hatte am Anfang des blöden Spiels hatte ich so rote Dinge irgendwie. Weil Wasser ist cool. Da kaufe ich mir World 1. Hatte ich irgendwie einen roten Angriff mit Feuer und so. Und ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt den machen kann. Also, ja. Naja. Oh, ist das das? Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Nein, ich kann da nicht hin. Fuck. Bestimmt kommen gleich wieder so coole Gegner, die dann mich überhaupt nicht nerven und so. Hm. Also, das ist es schon mal nicht. Ich probiere jetzt einfach alle drei aus. Ach komm, das sieht man doch, dass da oben was ist. Bäm. Gebäsched. Ich habe vier davon bekommen. Yeah, ich habe mehr Leben, bin ich geil. Ah, perfekt. Also, ich habe es. Das ist jetzt auf jeden Fall das falsche Ding, wo ich habe. Auf jeden Fall das falsche. Weil ich will mein Feuer zurückhaben. Das ist immer voll gay. Weil ich muss das jetzt aufladen, wenn ich jetzt vorbei will. Und das müssten sie auch nicht. Das überspringe ich einfach jetzt. Also, was bringt mir, wenn ich jetzt sehe, wie die Pflanze da so gedings wird. Also, hilft mir mal gar nicht. Aber ich glaube, da kam ich her. Und wo muss ich jetzt lang? Warum sagt mir das keiner? Okay, so ist praktisch nicht. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss, das ist... Ah, Fail. Okay, ich bin unten. Warum auch nicht? Ah, mit drei Fischern. Ich will mein Feuer wieder. Ich habe mein Feuer verloren. See, fix. Ich schnapp ihn dir einfach. Mein Gott, dämlicher Idiot. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich ausgewogen. Vielleicht ist das besser. Ich habe keine Ahnung, was ich da nehmen muss. Ich bin so unerfahren, wenn wir spüren, das ist der Wahnsinn. Weil ich einfach keine Ahnung habe, was ich da drücken muss oder was ich da machen muss, um irgendwas zu machen. Stirb. Und jetzt kann ich wieder runter. Ah, jetzt bin ich wieder oben. Also muss ich da schon mal nicht hin. Das haben wir schon mal herausgefunden, dass ich da schon mal nicht hin muss. Was ist da? Außer dem hässlichen Ding hier? Nix. Cool. Da hinten komme ich her. Ne, von da hinten... Ach ja, ich bin jetzt gerade... Okay. Da hinten war das mit dem hässlichen Ding. Na, da muss ich wieder rechts hin. Nach Adam, Riesa und Eva Klein. Ich brenne bestimmt völlig falsch. Ich mache bestimmt alles falsch jetzt gerade. Warum sagt mir das Spiel nichts? Ich fährt gerne in so einen Pfeil oben oder so. Wenn es heißen würde, geh zu dem und dem Ort hin. Ah, cool, ich bin richtig. Hä? Schaut schnell aus, das Vieh. Die Viecher. Die haben ein Schild am Arm. Und was mich echt stört, ist die dämliche Kampfmusik. Die nervt einfach nach 10 Mal. Nervt es einfach jetzt echt unglaublich. Ja, ist der Arm cool jetzt, oder was? Mein Gott, das ist bloß Holz, wo du darüber gestolpert bist. Meine Fresse. Der kann ja echt überhaupt nichts, ey. Ah, jetzt kann ich wieder was. Cool. Oh, mei, 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 hey. Ist doch nicht möglich, dass er so scheiße ist. Ah, jetzt muss ich unten lang. Okay. Ja, stirb. Ich schlitz dir auf. Ich weiß nicht, wo unten lang ist jetzt. Fuck. Aber ich schätze mal, irgendwo da hinten. In die Richtung. Da hinten? Kann das möglichst, ist es möglich, dass es da hinten ist? Ich weiß nicht. Kann das nicht woanders sein? Weil ich kam noch nicht. Ich habe doch da gerade einen Boss gekillt da hinten. Also muss ich da schon wieder hin? Es gibt ja mal voll wenig Sinn, ey. Muss ich jetzt wieder gegen die blöde Schlange kämpfen? Und wenn ja, auch dienstags? Tal des Windes, da war ich ja schon mal jetzt, ja. Ja, ja. Ich nehme jetzt mal mit das Ding, den Kreisel. Vielleicht schadet er uns ja nicht. Ich meine, vielleicht schadet er uns ja nicht. Ist mir egal, dass ich den jetzt voll mitschleppe, ist mir völlig egal. Muss ich jetzt da hinten hin oder da vorne? Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin muss. Und das macht mir auch nicht bei einem Spiel Spaß, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. Das ist auch voll irritierend. Hier ist nichts, okay. Na ja, ich schaue jetzt mal nach da hinten wieder, weil ich habe auf der Karte gesehen, wie ich vorhin da war, dass es da drei Ausgänge gibt, wo ich da drin war, wo ich da hinten mal da drin war, dass es da drei Ausgänge gibt und ich bloß bei zwei war, also beim Eingang, beim Ausgang, beim zweiten. Aber am dritten halt nicht. Und den erkunde ich hoffentlich jetzt? Genau, auf der Karte sieht man es. Ah ja, schön. Also muss ich hier auch nicht lang, also ist mein Weg hier zu Ende. Das heißt dann schlussfolgerischerweise, dass ich jetzt da oben in die Kirche muss und da weiter oben lang wühlen muss. Das muss es heißen, oder? Ich werde verrückt. Sonst kann ich mir auch nicht erklären, wo ich hin muss. Ich müsste doch eigentlich zu dem hässlichen Schloss hin, aber ach so. Aha. Ja, es ist klar, dass das reagiert, mein Gott, ey. Ja, mach die Attacke. Ist doch cool. Ich fühle so ein hässlicher. Ach, bin ich dämlich. Ich hatte doch, wo ich da den letzten Teil meiner und da, wo ich da